Hallo, wir sind hier jetzt am Set und wir interviewen jetzt Jenny und jetzt sag uns mal, was du hier machst. Ich bin hier Regisseur, zumindest tue ich so und ich tue so, als würde ich Kamera machen. Das hört sich interessant an. Ist es denn manchmal schwer mit den Schauspielern? Ja, sehr.